Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play namens Limbo. Diesmal in schwarz-weiß, da das eindeutig besser passt zu dem Hintergrund. Ich hab's immer ausprobiert und das sticht mir zu sehr vor, stimmig ein bisschen das Ding. Machen wir's einfach mal so. So, ähm, wir gehen mal auf Neuspiel und schauen mal, was die Geschichte so für uns bringt. Wir sind schon mal in einem kleinen Wald, dunklen Wald. Warum nicht kleinen Wald? Aber, oh, okay. Nieme an, dieses gruselige Ding sind wir. Oh, was heißt gruselig? Irgendwie müssen die Augen mehr dargestellt werden, ne? Komm, mach auf, Kleiner. Okay, wie steuern wir? Ah, okay, hier fällt das. Oh, wo ist das? Können wir dich irgendwie steuern? Ähm, ja. Ja, da fahre nichts. Okay, warum bist du hier in diesem dunklen Wald, Kleiner? Vor allem ganz alleine. Ähm. Oh. Ah, sie? Nein. Baumstab. Ähm, klettern wir mal runter. Oh, Gott, oh, Gott. Warum sind das Spieße? Kommt auf eine solche... Oh. Gib mir, ich will haben, ist meins. Okay. Kannst du schieben? Nein, okay. Ja. Also, ich kann schieben, aber ich komme da nicht voran. Das ist auch ein toller Spaziergang durch den Wald. Ein Klettergerüst. Und, ähm. Oh. Oh. Ähm. Nein, 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 du sollst doch nicht, aber... Ist da Wasser? Das flimmelt da so. Ja, gut. Hm. Nioh. Ich gehe einfach mal davon aus, du bist ein kleiner Junge, der nicht schwimmen kann. Nöh. Okay. Aua. Ein Boot, okay. Gut dann. Oh, eine Schale. Den sehen wir mal in die weite, weite Welt. Ja. Ja, ähm. Fluss, abwärts und so. Ist das vielleicht sogar unser Boot? Nein, die sind... Werden wir... Wieso sollen wir da denn... Keine Ahnung. Wer hat uns da ausgesetzt? Wald. Ich wundere, dass ich jetzt nicht danach gucke. Ich gucke nach dem. Auch nach der Aufnahme. Ich habe nämlich oft genug, der Ding, dass er, ähm, nicht aufnimmt. Oder hatte ich schon mal oft genug? Ähm, okay. Hm. So weit können lettern kannst du also nicht. Komm mal hin. Nih. Das sah gerade krummig aus. Okay. Ein bisschen weiter ran. Tipp. Dankeschön. Nöh. Okay. Okay. Stacheln. Nicht pieksen. Jupp. Okay. Oh. Lass mich raten. Ich sollte da nicht unbedingt reintrampeln. Nöh. Äh. Wer stellt das hier auf? Es könnte sich ja jemand verletzen. Ja. Oder etwas. Ähm. Darf ich? Wozu? Bestimmt, wenn ich da rumschleudere. Gut. Oder? Ich muss das da reinhauen. Nietja. Ey, das sieht jetzt aus wie so ein Löwenschwänzchen hier. Oder von Zebra? Oder von... Ach, keine Ahnung. Nöh! Bist du nicht schon befräßig genug gewesen, du Arschkeks? Gut, das war knapp. Okay. Okay. Weißen, ob das klappt. Oh ja, wunderbar. Wollte ich da hoch? Nee, bestimmt nicht. Ich versuch's, oder? Nee. Okay. Warum mach ich das? Na, hallo. Was soll das? Ist die nicht erlaubt. Ja, so viel Anlauf brauchen wir gar nicht. Okay. Nee, nee, nee. Okay. Was kullert darunter? Nee, 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 nee. Hey! Wer hat den Stein da raufgepackt? Schweinerei! Okay. Seltsamer Ort. Also, das sind ein paar Dinge... Nee, da komm ich nicht hoch. So weit hoch. Was zum Ziehen, oder... Keine Ahnung. Hm. Hm. Das Wasser sieht nicht so gesund aus. Das ist so eine dunkle... Leichte, dunkle... Rauchschwaden, oder... Keine Ahnung. Dunkelheit, die da rauskommt. Jo. Ich nenn dich jetzt Hans. Hänsel. Hänsel, wo hast du Grete gelassen? Wir müssen ja Grete finden. Ein kleiner Junge, ganz allein im Wald. Wir können Hänsel und Grete sein, oder? Okay, wir haben... Ich hab uns ein Fluss besorgt. Hänsel ist doch toll, oder? Hm. Komm hoch. Und da ist schon wieder ein schönes, süßes Ei, das wir überhaupt nicht... Ne? Also, das ist... Oh. Das ist kaputt gegangen von ganz alleine. Das habt ihr gehört. Ich mach los. Danke. Ich glaube, der klappt... Ja. Der packt das auch so. Oh, gut. Da rufe ich mal langsamer. Ich glaube, dass das wirklich nichts schien. Du fällst jetzt aber nicht auf meinen Kopf, ne? Das bin ich ja wohl ges... Schuh... Und... Ne? Also. Mit der... Ding, 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 ding. Darum würdest du... Ah, es schnurrt. Und es will mich zerstichen. Stichen. Stichen. Stechen. Was? Ah. Guck, guck. Würden Sie sich benehmen? Guck, 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 guck. Ah. Okay, Mäuschen, wir uns also zerstampeln. Zertrassen. Nom, nom. So, kleine Hänzchen. Hänsel. Da, komm. Ja. Ah, ah. Schnorre, boi. Guck, guck, guck. Ouch. Dutti. 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 Dutti, dutti, dutti. Oh. Oh, gut, gut. Dutti, dutti, dutti. Dutti, dutti. Oh, gut. Ich trau mich nicht. Böses Spidey, böses Spidey, böses Spidey. Ich bin immer zu weit weg. Autsch. Nein. 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 Nein, nein. Okay, ein bisschen weiter. Und hier, glaub ich. Warum? Ja, voilà. Ah! Ich bin zu nah dran. Ich hätte gleich weiter weggehen sollen. Tut mir leid, Kleiner. Ah! 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 Oh Gott. Ja, Kuhsteher, ein Schnellfreundchen. Und wir müssen euren Schnell weg. Hopp, 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 weg hier Fröndchen. Runterklettern. Immer schon vorsichtig, nicht dass da irgendwo Stacheln sind oder dergleichen. Böse Spidey. Guck. Hm. Hm. Ich? Doch, nö. Ähm. Ähm, ich kann nicht mehr springen. Äh. Okay. Oh, Gasch. Weiter, 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 weiter. Oh, nö. Jetzt kann ich, jetzt hoppelt sie wieder rum, ja? Hi. Ähm. 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 Was ist ein anderes? Weil die Bra... Oh Gott. Okay. Okay. Kleidung durchstochen. Okay. Dann kannst du mich bitte wieder runterladen. Ja, ich bin nix zu... Ah. Hier. Ich bin kein Futtersack. Hey. Und du? Okay. Wir kommen hier raus. Aber wisst ihr was? Das seht ihr aus der nächsten Folge. Also bis dann, ihr kleinen Monster. Ciao, ciao. Na, da. Ja. Ja. Ja.